So und Willkommen zum neuen Part. Let's play on Kong Country. Returns 3DSLX. Ich freue mich auf einem neuen Part. Let's play on Kong Country. Returns. Machen wir die Wellenbrecher. Wahnsinn. 2-7 Wellenbrecher. Wahnsinn. Das klingt sehr interessantes Level. Wir schauen mal wie es wird. Ich bin gespannt wie es ist. Let's go now, where are you? Ich bin positiv. Sehr gut. Das klingt gemein. Ich merke schon. Oder? Das klingt gemein. Das klingt gemein. Doch. Ach. Da wird das Kabel kommen dann. Hey. Come on. Oh mein Gott. Was? Was ist das Level? Das ist mir schwierig. Ich merke schon. Was? ich finde auch mann Ey, das ist ein Dreckslevel, Drecks... Drecksschweiße. Ich dachte schon, ey... Ich dachte auch, dass ein Ungeschlupf wäre. Ich dachte, das wäre ein Ungeschlupf. So-die-lo-de-s... Verdammt noch mal eine. Kacke! Richtig, ich weiß nicht. Ja, schlisch, ey. Güte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, danke. Das ist so Drecklevel, ey. Ich hasse dieses Level. Das ist so kacke, das ist Level A. Ich habe es bis zum Schiffpunkt geschafft, das habe ich bis hierhin geschafft, also ich wurde auf keinen Fall getroffen, betrug. Ich wurde noch nicht mal getroffen von diesem Adler, betrug. Danke für die Definder. Meine Fris, das ist ein Dreckslevel, ey. Ich bin froh, wenn dein legales Scheißlevel zu Ende ist. Das ist das schlimmste Level des Spiels bis jetzt. So schlimm. Ich kann es überhaupt nicht mögen, ey. Ich mache es überhaupt nicht als Level. Oh mein Gott, wie Asus er hat, das sind ja alles da. Das ist aber echt krank, ey. Was? Warum wurde getroffen jetzt? Die Arschleule, mein Sch... Ich habe auch so wenige Arschleule. Ich habe heute auch hierhin gepackt, ey. Die doofen, voll die doofen, ey. Meine Güte, ey. Meine Kacke, das ist das denn, ey. Okay, ich habe irgendwie geschafft, aber es ist schwierig. Okay, ich geschafft. Oh mein Gott. Mensch. Danke, aber...